Bangladesch in Südostasien. Eines der ärmsten und zugleich eines der am dichtesten besiedelten Länder der Erde. 160 Millionen Menschen leben hier. Doppelt so viele wie in ganz Deutschland. Auf einer Fläche, die gerade mal doppelt so groß ist wie Bayern. Drei Viertel von ihnen leben auf dem Land. Besonders wichtig zum Überleben ist der Reisanbau. Doch nach verheerenden Hungersnöten hat der Staat jahrzehntelang auf hochgezüchtete Reissorten gesetzt. Die Folge, viele Kleinbauern mussten sich verschulden für das teure Saatgut, das außerdem noch extrem empfindlich ist. Die Caritas, einer der wichtigsten Partner von Miserio in Bangladesch, steuert hier mit großem Erfolg dagegen. Gerade den Ärmsten der Kleinbauern und den indigenen Minderheiten helfen wir dabei, auf biologische Landwirtschaft umzustellen. So werden sie unabhängig von den teuren und empfindlichen Hochleistungssorten. Zumal die auch noch jede Menge Dünger und Pestizide brauchen, die wieder Geld kosten und auch noch die Umwelt zerstören. Heute züchten die Bauern wieder alte, traditionelle Reissorten, die viel unempfindlicher sind und ohne chemischen Dünger und Pestizide auskommen. Bangladesh leidet wie kaum ein anderes Land schon jetzt unter den Folgen des Klimawandels. Im Norden gibt es immer mehr Dürreperioden. Im Süden immer häufiger Stürme und Überschwemmungen, die ganze Dörfer vom Erdboden verschwinden lassen. In den nächsten Jahren rechnen Experten mit 10 Millionen Klimaflüchtlingen im Land. Der Klimawandel ist eine Riesenherausforderung für die Politik, die Industrie, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Wir müssen unser Verhalten ändern im Alltag, um unsere Schöpfung besser zu schützen. Wir alle sind dafür verantwortlich. Die Umwelt zu schonen, das ist ein ganz wichtiges Ziel, das alle Miserio-Partner in Bangladesch schon Kindern und Jugendlichen weitergeben. Eine bessere Ausbildung gehört ebenfalls zu den Schwerpunkten der Hilfe, um die Menschen unabhängiger zu machen von der Landwirtschaft. Viele Leute hier sind viel zu arm, um ihre Ausbildung abschließen zu können. Für sie bieten wir mobile Schulen an. Dort können sie ein Handwerk lernen, zum Beispiel nähen, Elektroarbeiten, Fahrräder reparieren oder Körbe flechten. Mit diesen Fähigkeiten können sie dann Geld verdienen und ihre Familien unterstützen. Zusätzliches Einkommen ist auch wichtig. Immer wieder verlieren Fischer und Bauern den Zugang zu Wasser und Land. Hier ist ein wichtiges Arbeitsfeld der Miserio-Partnerorganisation Barczyk. Es ist wichtig, dass sie selbst aktiv werden, denn wer immer von anderen abhängig ist, der verliert sein Selbstbewusstsein. Deshalb helfen wir den Leuten, ihre eigenen Stärken zu entdecken. Sie müssen spüren, dass sie aus eigener Kraft Probleme lösen können. Und ganz wichtig ist auch, dass sie sich zusammentun, sich gegenseitig helfen, richtige Netzwerke aufbauen. Denn gemeinsam ist eine Menge möglich. Das zentrale Prinzip – echte Hilfe zur Selbsthilfe. Wodurch auch die Ärmsten und die ausgegrenzten Minderheiten in Bangladesch neues Selbstbewusstsein entwickeln. Ein menschenwürdiges Leben wird möglich. Auch für die nächsten Generationen. Die Zirkung vonstrahlen Minderheiten in Bangladesch – und die Schmerzen sind. Untertitelung des ZDF, 2020